Seit dem 1. März 2021 ist Thomas Sengen als Geschäftsführersport für den 1. FCK-Sislautern tätig und was bisher vor allem sportlich geschah, kann man fast schon als Wunder bezeichnen. Zuerst wurde der fast schon sichere Abstieg in die Regionalliga verhindert, ein Jahr später gelang der Aufstieg in die 2. Bundesliga und aktuell überwindet der FCK als Aufsteiger auf dem 4. Tabellenplatz. Doch diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von vielen richtigen Entscheidungen. Bei seinem Amtsantritt fand der Ex-FCK-Spieler einen Scherbenhaufen vor. Die Mannschaft stand mit 26 Punkten und lediglich 4 Siegen aus 26 Spielen auf dem 16. Tabellenplatz und die Stimmung bei den Fans war auch aufgrund von Geisterspielen am absoluten Tiefpunkt. Von den erfolgreichen Zeiten, wie dem DFB-Pokalsieg 1996, den Thomas Sengen selbst miterlebt hatte, war nichts mehr übrig und einen zweiten Abstieg mit dem 1. FC Kaiserslautern wollte der gebürtige Südfelser nicht miterleben. Doch dieser rückte nach den Niederlagen gegen den FC Hansa Rostock und den 1. FC Magdeburg immer näher. Zu diesem Zeitpunkt wurden zum ersten Mal von Thomas Sengen, Cheftrainer Marco Antwerpen und Co. die richtigen Schlüsse gezogen, sodass der Mannschaft wieder neues Leben eingehaucht wurde. Von den letzten 10 Ligaspielen wurde nur eins verloren und somit der Klassenerhalt geschafft. In der darauffolgenden Spielzeit war vor allem Ruhe und Demut angebracht, nachdem man letztes Jahr mit einem blauen Auge davon kam. Obwohl die Leistungsträger Felix Götze und George Zimmer gehalten werden konnten und der Kader mit Spielern wie Rene Klingenburg oder Mike Wunderlich verstärkt wurde, rutschte man sofort wieder in die untere Tabellenhälfte ab. Die 4-0-Auswärtsniederlage gegen Aufsteiger Viktoria Berlin ließ den ein oder anderen auch an Trainer Marco Antwerpen zweifeln. Doch Thomas Hengen hielt an ihm und Co-Trainer Frank Döpper fest und das mit Erfolg. Das 0-0-Unentschieden am 8. Spieltag im Derby gegen den SV Waldhof Mannheim, in dem der FCK knapp 50 Minuten in doppelter Unterzahl spielen musste, wird bis heute als Initialzündung für die Aufholjagd gesehen. Von diesem Zeitpunkt an kletterte der 1. FC Kaiserslautern immer weiter in der Tabelle nach oben, bis man am 34. Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz stand. Nach dem Derbysieg zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken schien die Mannschaft unschlagbar zu sein, was sie dann doch nicht war. Es folgten Pleiten gegen den SVW in Wiesbaden, die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und Viktoria Köln. Letztere brachte das fast zum Überlaufen. In einem Interview nach dem Spiel äußerte Thomas Hengen scharfe Kritik in Richtung Mannschaft und Marco Antwerpen und als zusätzlich Gerüchte aufkamen, dass Miroslav Klose der neue FCK-Trainer werden sollte, brach das komplette Chaos aus. Nur wenige Tage später wurde Fanliebling Marco Antwerpen zusammen mit seinem Co-Trainer entlassen und Dirk Schuster sollte das Ruder rumreißen. Hengen selbst nannte die Entlassung Das ist eine verdammt unpopuläre Entscheidung. Aber er sollte Recht behalten. Trotz der wenigen Tage, die Dirk Schuster und Co-Trainer Sascha Franz zur Verfügung standen, schafften sie es, das Team optimal auf die beiden Relegationsspiele gegen Dynamo Dresden vorzubereiten. Am 24. Mai stieg der 1. FCK zurück in die 2. Bundesliga auf und Thomas Hengen behielt mit seiner Do-or-Die-Entscheidung, Antwerpen zum Wohle des Vereins zu entlassen, Recht. Nach einer anstrengenden Saison und nur wenigen Wochen Vorbereitungszeit musste der 1. FCK-Selodern auch schon in der neuen alten Liga ran. Neuverpflichtungen wie Andreas Lute, Erik Durm oder Philipp Clemens sollten die Qualität der Mannschaft erhöhen und das Zielklassenerhalt ermöglichen. Mit Hannover 96 traf der Aufsteiger im Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga direkt auf ein Schwergewicht. Doch dank des späten Siegtreffers von Abwehrspieler Kevin Kraus gewann der FCK die Partie und setzte damit direkt ein Ausrufezeichen. Nach spektakulären Spielen wie dem 4-4 gegen Mitaufsteiger Magdeburg oder dem 3-3 gegen den Aufstiegskandidaten SV Darmstadt sammelte der 1. FCK immer mehr Punkte, um schließlich zur Winterpause auf dem 4. Tabellenplatz zu stehen. Obwohl die sportliche Lage zur Zeit kaum besser sein könnte, gibt es noch einige Baustellen, wie zum Beispiel die vielen zum Saisonende auslaufenden Verträge von Stammspielern wie Kenny Prinz Redondo, Marlon Ritter oder Boris Tomiak. Wobei Ritter und Tomiak lauthängend signalisierten, einen neuen Vertrag beim FCK unterschreiben zu wollen. Alles in allem kann man die Rückkehr von Thomas Hengen zum FCK als Erfolgsstory bezeichnen. Zwar wird es wahrscheinlich auch mal wieder schwierige Zeiten geben, aber Hengen hat als Spieler und Verantwortlicher gezeigt, dass er stets die richtigen Schlüsse ziehen und Entscheidungen treffen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonnier den Kanal.